Liebe ist, wenn du dieses besondere Kribbeln im Bauch einfach nicht mehr los wirst und dich erst eine Kernspintomographie davon überzeugt, dass es wirklich an einer anderen Person liegt und du wegen deiner Hypochondrie dringend in psychologische Behandlung gehörst. Sigmund Freud Hallo, wir sind Gunnestray Films, Florian und Johannes. Wenn euch der Film gefallen hat, dann hinterlasst uns doch ein Like oder abonniert unseren Kanal, um keine weitere Folge von der literarischen Auslese zu verpassen. Oder schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr was wisst, was wir schon immer mal lesen sollten. Genau, wir werden uns auf jeden Fall jeden Kommentar durchlesen und wir lassen uns total gerne inspirieren. Versprochen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Okay, der war scheiße. Nochmal.